Die Wirtschaftsverweisen stellen ihr neues Gutachten vor und das sieht absolut verheerend aus. Unsere Presse versucht es aber immer noch relativ runterzuspielen und nicht so schlimm aussehen zu lassen. Wir gucken uns an, was sind die eigentlichen aktuellen Probleme ganz genau in Deutschland. Werden die in diesem Gutachten überhaupt benannt und gibt es auch anständige Lösungsvorschläge oder wird das wieder mal unter den Teppich gekehrt und der rosa Elefant, der mittlerweile bekannt ist, dass er 50 Milliarden pro Jahr kostet, nicht angesprochen. Moin zusammen, ich bin Olli, wenn du neu bist, jetzt dein Abo da lassen und wir sehen das. Hier einmal wurde ein Interview geführt mit der Wirtschaftsweise Veronika Grimm beispielsweise in der Welt. In der Bild ist auch darüber berichtet, hier die Wirtschaftsweisen stellen das Gutachten vor. Diese Probleme haben Merkel, Scholz und Habeck verpennt und das ist nicht ganz richtig ausgedrückt. Ich würde hier schreiben, schrägstrich verursacht, sind schuld daran, haben sie zu verantworten. Das würde meiner Meinung nach besser passen. Aber der Reihe nach. Wir gucken uns erstmal diesen Bericht hier an. Diese Probleme haben Merkel und Scholz ja hier nicht beachtet. Und dann ist es ganz interessant, dass das Ganze immer noch hier auf C geschoben wird. Nachdem das ja jetzt schon etwas länger her ist, sollte man das eigentlich nicht mehr darauf schieben können, finde ich persönlich. Aber nichtsdestotrotz, hier heißt es, Deutschland verzeichnet seit Beginn der C-Pandemie das geringste Wachstum aller Volkswirtschaften des Euroraums. So das Expertengremium heißt es hier. Und ja, das mag jetzt von mir aus in Zahlen so stimmen, aber unser bester Philosoph, unser bester Kinderbuchautor, nein, so soll man ihn nicht nennen, der beste Klimaminister aller Zeiten, der würde doch an der Stelle sagen, wir sind nicht letzter, wir sind einfach oder hinter uns ist einfach keiner mehr. So könnte man es ja machen. Okay. 2023 soll die Wirtschaft sogar um 0,4% schrumpfen. Gleichzeitig wird die Jahresinflationsrate mit hohen 6,1% prognostiziert. Nachdem sie ja jetzt aktuell, der Kolja, wollte es in Zypern mir ja gar nicht glauben, offiziell in Deutschland bei 3,8% liegt. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Dass das natürlich schwachsinnig ist, würde jeder mir bestätigen. Aber hier geht es weiter, verantwortlich Faktoren, die sich bereits seit vielen Jahren abzeichnen und bisher nicht ausreichend adressiert worden seien. Und da muss ich den Experten hier vollkommen recht geben. Ja, natürlich. Das sind Punkte, die in Professor Max Otte, in Dr. Markus Krall und zahlreiche andere Professor Sinn, ich könnte jetzt noch weitere 5, 6 Namen dazu aufzählen, seit 5 bis 10 Jahren adressieren, aber nicht gehört wurden und mittlerweile auch nicht mehr in öffentlichen Talkshows zu sehen sind. Dort keine Plattformen mehr bekommen. Nein, da sind dann Kandidaten wie Marcel Fratscher und ähnliche zu sehen, die offensichtlich wirtschaftlich das Ganze noch nicht so durchblickt haben, aber langsam auch was realisieren. Aber da gucken wir gleich nochmal hin. Aber hier im Klartext, Altkanzlerin Merkel und ihre Regierung, Kanzler Scholz und Wirtschaftsminister Habeck von der Ampel, wussten um die großen Wirtschaftsprobleme, handelten aber nicht konsequent genug, heißt es hier. Wir müssen lernen, unsere Probleme schnell anzupacken, sagt der Kanzler. Ja, wenn dann aber hier als größte Probleme benannt wird, unter anderem geht es darum, dass die Gesellschaft immer älter wird. Der Anteil von arbeitenden Deutschen also sinkt. Haben wir wieder diesen Elefanten im Raum, der hier nicht angesprochen wird, dass wir mittlerweile so viele Leute im Land haben, die nicht arbeiten? Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Und ich habe ja ein Video darüber gemacht, guckt es euch an. Ich verlinke es euch hier an dieser Stelle nochmal über die Landrätin aus Bad Kreuznach, die gesagt hat, wenn Flüchtlinge unser Sozialsystem verstehen, geht keiner mehr arbeiten. So hat die Dame sich ausgelockt. Wie gesagt, guckt euch das Video in Gänze auf jeden Fall nochmal an. Ist ziemlich viral gegangen. Danke für die Unterstützung und herzlich willkommen an alle Neuen. Wer jetzt Neues, gerne ein Abo dalassen für weiteren kritischen Content. Ich bleibe dran. Und dazu kommt als weiteres Problem, dass Leistungsfähigkeit der Wirtschaft und Geldmittel für neue Investitionen nicht mehr stark genug wachsen. Und das ist richtig, wenn wir uns beispielsweise vom IW Köln diese Nachricht hier angucken, bereits aus dem Sommer diesen Jahres, vom Juni. Geldabflüsse in Deutschland so hoch wie nie. Und dann heißt es hier, 132 Milliarden US-Dollar, 125 Milliarden Euro, mehr Direktinvestitionen flossen 2022 aus Deutschland ab. Als im gleichen Zeitraum in die Bundesrepublik investiert wurden. Müssen wir jetzt darüber diskutieren und uns Gedanken darüber machen, warum das so ist? Braucht da wirklich jemand doch so den Watschen, um das zu checken, dass man in einem Land, wo die höchsten Energiekosten, die höchsten Abgaben, die höchsten Sozialabgaben, die höchsten Steuern und die höchsten unternehmerischen Kosten und auch Steuern sind und so weiter und so fort, auch für Mitarbeiter, dass es hier nicht mehr attraktiv ist, zu investieren? Das ist doch nur logisch. Also, dass das jetzt mittlerweile aber adressiert wird und benannt wird, ist ja schon mal was. Aber das Problem wird nicht benannt. Oder die Ursache oder auch die Lösung ist die falsche. Denn qualifizierte Zuwanderer ins Land holen und die Wirtschaft modernisieren. Das soll jetzt die Lösung für diese wahnsinnigen Probleme sein, die wir haben? Da finde ich die Lösung, die jetzt hier vorgeschlagen werden, erschreckender als die Probleme an sich, muss man sagen. Denn qualifizierte Zuwanderer ins Land holen, wer möchte denn in der Situation, wo sich Deutschland aktuell befindet, Atomkraftwerke werden abgeschaltet, nicht genug Strom ist für alle Menschen in Deutschland verfügbar. Ebenfalls haben wir zahlreiche weitere gesellschaftliche Probleme, gerade auf der Straße und so weiter und so fort. Wir haben ein grottenschlechtes Bildungssystem, was man mit diesen ominösen 50 Milliarden Euro jährlich, wenn man das in die Schule investieren würde, sprich in die Bildung, in die Gebäude, in die Ausstattung, in die Lehrer, in die Lehrkräfte, damit da mehr zur Verfügung stehen und so weiter, investieren würde. Wäre das doch anders. Und dann würden doch junge, kräftige, gute, intelligente Leute aus dem Ausland aus sagen, ja, in Deutschland, da kann man was machen, da zahle ich nicht so viel Steuern, das ist attraktiv, das ist interessant. Und beispielsweise im Vergleich mal direkt zu Zypern, da zahlt eine Firma, wenn ich da jetzt hingehen würde, würde da jetzt mein Business weitermachen, 12,5% Unternehmenssteuer. Würde ich dann einen Mitarbeiter einstellen, müsste er an die Republik Zypern 20% Steuer bezahlen. Nix hier mit Freibetrag, Pauschbetrag, dort, dies, jenes und dann kommst du, je nachdem wie viel du verdienst, zack, bist du bei 37% oder vielleicht auch mal schnell bei 42%, weil du ja so viel verdienst in diesem Land. Nein Leute, das ist alles nicht mehr tragbar, was hier passiert. Und nochmal, dadurch werden keine qualifizierten Menschen ins Land kommen. Absolut nicht. Einwanderung in unsere Sozialsysteme, die wird weiterlaufen auf Hochtouren. Das sehen wir ja zu Genüge. Und die Wirtschaft soll modernisiert werden. Hier muss nix modernisiert werden mit irgendwelchen utopischen CO2-Vorkörungen und Ideen und ähnlichem. Das ist absoluter Humbug. Hier muss grundlegend wirtschaftlich gedacht werden. Damit fängt es doch alleine einfach schon an. Aber nein, das schaffen sie wieder mal nicht. Aber ich hatte ja gerade eben angesprochen, dass Herr Fratscher sich geäußert hat. Und er ist ja eigentlich derjenige, der alles immer wieder gut heißt, dass hier alles so toll läuft. Aber komischerweise hat er jetzt hier in einem Artikel dann nochmal ein bisschen kritisch darüber berichtet. Hier, ich befürchte, der Sachverständigenrat hat recht. Und der Ausblick verschlechtert sich für 2024. Auch durch die Unsicherheit der Kriege und die Probleme in China. Die größte Bremse sind die stark gestiegenen Zinsen, die erst 2024 die größte Wirkung entfalten werden. Ja, so oft wie der Herr schon falsch gelegen hat mit seinen Prognosen und Äußerungen, wird das noch eine ganz, ganz interessante Kiste, was hier in den nächsten Wochen, Monaten passieren wird. Es kann nur durch eine komplett andere Politik wirklich alles wieder nochmal das Ruder rumgerissen werden. Andernfalls haben wir noch mehr, noch größere Probleme, weil viele Leute merken doch einfach, es lohnt sich auch nicht mehr zu arbeiten, investieren schon mal gar nicht in Deutschland. Das wird den Aktienmarkt massiv schädigen, dadurch die Unternehmen wiederum sehr, sehr stark schädigen. Dadurch werden weniger Arbeitsplätze zur Verfügung stehen. Es wird weitere Abwanderung geben. Das ist ein Teufelskreis, der sich gerade hier aufbaut. Und die Lakaien, die aktuell an der Macht sind, wollen das nicht sehen oder wollen es nicht ändern? Ich weiß es nicht. Schreibt eure Meinungen rein. Abo nicht vergessen. Danke und ciao.